Und dann kommt eh schon das, quasi das nächste Ereignis auf uns zu. Wunderlos. Heeeey? Oh fuck. Genau mit ihm würde ich kein Tanzen, alter. Du bist kein Tanzen, Ferdi, aber du hast einige Bewegungen, die schwer zu sehen. Du mich mit deinen lieben Worten. Ich verstehe, dass ich manchmal zu schmerzen, um direkt zu sehen. Ich bin stolz von deinem positiven Attitut. Ich weiß auch, wie zu tanzen, in theory. Vielleicht sollte ich auch participate. Nicht ich! Du würdest mich nicht tanzen, als du ein Fisch über den Schnee spielst. Haha, man ja. Jetzt fühle ich mich wie ein Fisch auf einem Skilett. Auf einem Skilett. Haha, nicht mehr. Habt ihr die Ball, können wir wählen, wer wir mit? Ich frage mich, wer würde ich fragen? Es ist eine Veränderung. Wenn die Frau Edelgaard wünscht, würde ich auch sein. Ich habe mich mit allem, was ich im Inneren habe. Kriegung? Nein, das ist wirklich nicht der Punkt. Ich werde nicht sein, wie ein Mensch, um den Boden. Ich habe eine Prozesse. Es ist eine Veränderung. Wir müssen alle feststellen, dass wir wieder in den Monasterien, genau fünf Jahre von heute. Wie eine Klasse-Reunion? Das ist eine großartige Idee. Fünf Jahre von heute wird das Millenniumfestival für Gehrig-Mock Monastery. Ich habe gehört, dass die Festivität der ganzen Jahre hervorragte werden. Oh, wie spannend. Es ist eine großartige Chance, um uns zu besuchen unseren lieben Profesor. Du wirst sehen, wie viel Veränderung habe ich gemacht. Du bist froh, Profesor. Diese Idee ist gut. Und wer weiß, wo wir in fünf Jahren sein werden. Oder wer werden wir werden. Aber ich glaube, ich glaube, dass wir alle, dass wir uns befreuen und wir uns befreuen. Das ist, dass der Professor immer hier in fünf Jahren ist. Und nicht ein sehr kohes, frühes Ausatmen. Aber das ist eine große Herausforderung, du kommst dir. Wenn du oder nicht, dass du dich immer wieder studierst. Nicht vergessen, meine Lehrer. Nein, ich tue nicht. Ich habe es mir eh schon aufgeschrieben, ich habe mir eh schon eine Belagrichtigung geschrieben jetzt für fünf Jahre. Gibt es da nicht wenigstens irgendeine Sequenz, wo wir wenigstens irgendwelche Fragen dürfen, etc.? Das ist ja eine Fahrt sonst, wenn wir niemanden fragen dürfen. Was ist das für ein Schuxel? Wer hat den Schuxel hier? Wie schnell die so nimmt sie mir wenigstens irgendein Scheiß-Butler oder so? Nein, sie sind irgendein Vollidioten. Komm, nehmen wir es auf. Gibt es ja nicht. Alter. Wie sollst du dich nicht da angeschwisst? Oh, da haben wir nichts mit links oder rechts gegeben, Alter. Du Vollidiot. Ähm. Ähm. Okay. Nee, nicht unbedingt. Du hast du nicht da angeschwisst. Du hast gar nicht Zeit, wenn du da angeschwisst. Es muss schwierig sein, als der Lehrer der Ball zu sein. Häh. 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 Ja, das ist toll. Ich meine. Du denkst, dass du dein Lieber. Häh. Ich habe es gewusst. Häh. Aber wo ist es da? Du bist in Bienen. Du bist da, wie du dich bist. Du bist da, wie du ein, wie du da angeschwisst. Du bist du siehst. Ich weiß das. Du bist. Du bist da, wie du dich. Ah, Professor, hast du schon gesehen? Eigentlich die ganze Zeit gesucht und dann? Ja, das denk ich mir jetzt auch. Was für ein Brief? Hallo? Eigentlich schon. Es ist sehr gut, dass du hier nicht gekommen bist, um mich zu sehen. Aber wenn wir uns mit der Begründung haben, dann hat das auch eine bestimmte Begründung. Es ist so, dass wir uns zusammengebracht haben. Heute ist die Nacht des Balls. Ich bin froh. Oh, das ist nur, wenn du mir vor mir vor anderen Dingen schaust. Wenn es nur uns ist, dann mag ich es. Eigentlich wollte ich sehen, was du machen kannst, wenn du meine Buchstaben hast. Ich wollte nur sehen, ob du hier gekommen bist, wie ich gefragt habe. Ich hatte ein Gefühl, dass du. Doch ich glaube, dass du nicht sogar die Buchstaben hast. Ich sollte nur dankbar sein, dass ich hier nicht zu warten. All alone. Für immer. Ich bin froh. Ah, bei der Entscheidung könnte man vielleicht verkacken, wenn wir sie erzählen. Ja, also wenn wir dürfen, wäre es schon was für eines. Also wenn man da irgendwie was machen könnte. Wenn es da sogar eine Liste geben würde. Ja, die Leute wollen mit dir tanzen, dies, das, etc. Ja, es wäre was Feiles. Komm schon. Komm, wieso kann ich mich nicht tanzen? Na nur, wen haben wir denn da? Sie hat vielleicht auch schon satt davon. Äh, dazu gibt es keine. Äh, äh, ein bisschen schon. Ah, so siehst du, äh, 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 äh. Ich bin immer gespannt, ob es da jetzt irgendein bestimmtes Ereignis passiert oder etc. Es kann aber nicht sein, dass du die Mutter bist oder irgendein bisschen nicht. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Vielen Dank.